Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer ersten Nail Selection Online House Messe. Wir beide führen euch heute komplett durch das Programm bei Nail Selection. Das ist die Saskia, ich bin die Svenja und ich hoffe, dass wir heute einen ganz tollen Tag gemeinsam verbringen werden. Wir stehen jetzt gerade vor unserem Firmengebäude in Hernebaukau und nehmen euch gleich mit rein, weil es ist kalt. So, gehen wir? Wir gehen, gerne. Die Sonne scheint, aber das Wetter, die Temperaturen, die spielen noch nicht ganz so mit, wie wir es gerne hätten. Dann kommt mal mit rein. So, wir stehen jetzt gerade in unserem Verkaufsraum. Hier in unserem Gebäude ist nicht nur unser Verkaufsraum, wo alle Nail Selection Produkte live vor Ort selber auswählen kann. Nein, hier findet also auch die komplette Produktion statt. Hier findet das komplette alltägliche Geschäft statt bei uns. Unsere Seminarräume sind hier unterm Dach. Also hier haben wir alles. Leider sehen wir uns an diesem Wochenende nicht persönlich in Düsseldorf auf der Messe, wie es eigentlich geplant war. Deswegen haben wir gedacht, wir holen euch zu uns nach Hause. Macht es euch zu Hause gemütlich, genießt den Tag mit uns. Wenn wir euch nachher auch die Step-by-Steps zeigen, wenn wir euch heute auch die kompletten neuen Produkte vorführen. Also es gibt einiges Spannendes zu sehen. An dem Ersatztermin auf der Messe Düsseldorf ist vielleicht auch nochmal ganz interessant für alle zu wissen. Können wir leider aufgrund Terminproblemen unsererseits auch nicht teilnehmen. Deshalb freuen wir uns natürlich umso mehr, dass wir mit den Livestreams jetzt eine Möglichkeit gefunden haben, euch trotzdem unsere Neuheiten zu präsentieren. Ihr seid natürlich auch jederzeit herzlich willkommen bei uns zu Hause, wenn ihr nicht von ganz so weit weg kommt, uns hier zu besuchen, hier mit uns das Ganze durchzugehen. Ansonsten funktioniert aber auch alles immer ganz gut telefonisch bei uns. So, jetzt würde ich euch gerne ein bisschen von unserem Verkaufsraum zeigen. Wir haben hier also eine ganze Menge an Auswahl. Die Saskia neben mir, die arbeitet auch hier hauptsächlich im Verkauf, gibt aber auch Schulungen, ist eigentlich überall tätig, kann euch auch alle Produkte selbst vorführen, egal ob es für Nail Design ist, ob es für Wimpern ist. Wenn ihr bei uns anruft, habt ihr in den allermeisten Fällen auch die Saskia am Telefon oder ihr habt mich am Telefon oder jemanden von unseren anderen Mitarbeiterinnen. Aber ihr werdet immer eine fachkundige Beratung bekommen, wenn dies denn dann gewünscht ist. Jetzt würde ich euch gerne mitnehmen und euch ein bisschen zeigen, was wir hier so haben. So, hier fangen wir an mit unseren Gel, mit unserer Gel-Auswahl. Ganz viele Arbeitsgele, Farbgele, Gel-Lacke haben wir hier. Dann geht's weiter. So, Julia ist so lieb und findet das mal eben ein bisschen im Detail. Dann geht's bei uns weiter mit Produkten für den Acrylbereich, egal ob es jetzt Farbacryle sind, ob es Arbeitspulver sind, verschiedene Liquids, alles da. Nagellacke, Nailart, Pfeilen, alles was das Herz begehrt. Ja, relativ neu im Sortiment ist auch noch der komplette Wimpern-Bereich. Wir haben eigentlich angefangen, es ging bei uns eigentlich nur darum, Wimpernkleber irgendwie in bulk zu produzieren und den weiter zu verkaufen, der auch von sehr empfindlichen Kunden benutzt werden kann, getragen werden kann, aber auch eine sehr lange Haltbarkeit hat. Also, so ist die Firma eigentlich entstanden, die Firma Sensitive Lashes und mittlerweile ist es auch eine komplette Firma mit allem drum und dran. Mit Schulungen, mit Produkten, mit verschiedenen Klebern, mit einem Lash-Lifting-System, mit einem Brow-Lifting-System, mit allem drum und dran. Wenn da Fragen noch zu sind, dürft ihr natürlich auch gerne fragen. Zum Thema Fragen an sich, die Julia, die gerade so lieb ist und die Kamera hält, ist heute den ganzen Tag für uns da. Wenn ihr zwischendurch Fragen haben solltet, dürft ihr die jederzeit in die Kommentare reinschreiben. Die Saskia und ich werden so gut es geht versuchen, die Fragen auch direkt zu beantworten. Julia ist dann auch so lieb und liest uns die vor. Das werde ich tun. Bislang kam ein guten Morgen mehrfach. Das ist sehr schön. Ich hoffe, ihr sitzt noch beim Frühstück, beim Guten Morgen Café, ist mal ein bisschen was anderes, sich jetzt so zu treffen, aber besser als nix. Wir werden jetzt das Ganze noch ein bisschen, den ganzen Tag noch ein bisschen vorbereiten. Ich möchte gerne gleich mit euch starten und euch die neuen Produkte vorführen. Wir möchten euch gerne die neuen Produkte für den Sommer 2020 vorstellen. Möchten euch aber auch die Produkte zeigen, die im Jahr 2020 dabei gekommen sind, so wie im Jahr 2021. Weil leider gab es aufgrund der ganzen Corona-Pandemie nicht die Möglichkeit, euch das allen live auf Messen zu präsentieren, wie wir es sonst gewohnt waren. Egal, ob es Hausmessen sind oder ob es Messen irgendwo innerhalb Deutschlands oder im Ausland sind. Deshalb haben wir es alles heute für euch hier vorbereitet und werden euch gleich die ganzen Neuheiten zeigen. Ich sage schon mal, bis gleich. Ich sage schon mal, bis gleich. Tschüss. Vielen Dank.